Die große Welt des Drehens, heute unser Thema bei WerkzeugTV, ist nicht mal ein Spezialgebiet, ich gebe es zu, deswegen habe ich mir auch einen Profi eingeladen, Alex Merinski von der Firma Röhm. Hallo Herr Merinski. Hallo. Die Firma Röhm hat eine unglaublich große Tradition seit über 100 Jahren, 1909, ganz genau, hat es angefangen mit Bohrfutter, seitdem ist eine ganze Menge dazugekommen, was alles genau. Röhm beschäftigt sich seitdem eigentlich mit der kompletten Spanntechnik allgemein, geht los bei Schraubstöcken, wie gesagt, die Bohrfutter, über die Kraftspannfutter, zu Robotergreifern bis zu den manuellen Drehfuttern oder mitlaufenden Zentrierspitzen, um die es heute dann geht. Genau, darauf wollen wir uns heute konzentrieren. Sie haben uns zwei verschiedene Drehfutter mitgebracht, das eine ist der Klassiker, könnte man sagen, das heißt, ich habe mein Werkstück, ich setze das ein, ich ziehe das fest und kann damit arbeiten. Genau. Sie haben uns hier mal das Drehfutter aufgeschnitten, so sieht das von innen aus. Richtig. Wie Sie schon sagen, ganz, ganz klassisches System. Ich drehe durch meine Kürbel, bewege ich hier einen Trieb, der nimmt hier meine Spirale mit, in welcher die Backe letztendlich auch läuft. Und dadurch wandert er einfach nach innen, nach außen und hält das Werkstück entsprechend fest. Nebendran sehen wir gewissermaßen die Weiterentwicklung. Was unterscheidet die beiden? Ja, wenn es einfach um Sachen wie mehr Power, höhere Drehzahlen, höheres Werkstückgewicht oder auch mehr Genauigkeit geht, reichen mir solche Systeme einfach draußen nicht mehr aus, brauche ich ein bisschen mehr Kraft. Dadurch sind so Keilstangenfutter wie hier unser Duro Tee draußen auf dem Markt sehr gängig. Ja, ich habe einfach viel, viel mehr Power, kann viel, viel genauer arbeiten und entsprechend auch mit viel, viel mehr Drehzahl arbeiten. Sie sehen das beides auch im Video. Die kann man auch nochmal verändern. Wie geht das genau? Ich habe einfach hier ein Backenschnellwechselsystem, wenn man das, ich drücke hier hinten den Knopf, kann meinen Backen rausnehmen. Wenn ich dann zum Beispiel eine andere Spannung brauche, wie gesagt, nehme ich ihn raus, zack, wieder rein, fertig, Geschichte. Und wir haben eine kleine Folie vorbereitet. Da sehen wir beide nebeneinander. Worum geht es da genau? Ja, hier geht es einfach um die Kraftübertragung, dass man wirklich sieht, wo kommt das eigentlich her. Zum einen beim Planspiralfutter ist halt die Punktübertragung, die durch einfach durch meine Planspirale kommt. Beim anderen System habe ich einfach eine flächendeckende Kraftübertragung durch die Keilstange, die direkt auf die Backe wirkt. Dadurch habe ich halt viel, viel mehr Kraft. Jetzt sehen wir hier schon, das Werkstück ist an sich relativ kurz. Jetzt müssen wir uns vorstellen, es gibt natürlich noch viel längere. Bei manchen sind das solche Oschis. Und dann kann es dazu kommen, dass durch die Vibration, dass sich das hin und her bewegt. Richtig. Genau das wollen wir verhindern, indem wir die Zentrierspitzen benutzen. Ganz genau. Wenn mein Werkstück irgendwann mal eine gewisse Länge hat, muss ich es einfach auf der anderen Seite abstützen, um die Schwingungen zu vermeiden etc. Das mache ich mit solchen mitlaufenden Zentrierspitzen. Gibt es dann auch in ganz, ganz unterschiedlichen Varianten. Hier zum Beispiel unser Standard, was die meisten Anwendungen draußen eigentlich abdeckt. Aber es gibt Fälle, da will man mit mehr Geschwindigkeit arbeiten, mit mehr Umdrehungen, gibt es unsere Speed-Variante. Oft hat man einfach Werkstückgewichte drauf, die extrem viel wiegen. Braucht man eine Spitze, die auf mehr Gewicht ausgelegt ist, wie unsere Heavy-Variante. Dann gibt es Anwendungen, zum Beispiel mit einem Stirnseitenmitnehmer, habe ich hier eine Control-Anzeige drauf. Die zeigt mir immer an, wie viel Anpressdruck habe ich eigentlich. Und dann noch zum Schluss unsere Slim-Variante, wie man es hier sieht. Wenn mir die Kontur einfach von den anderen Spitzen zu groß ist, ich habe nicht so viel Platz in der Maschine, dann gehe ich auf die Slim-Variante. Hier kann ich wirklich schön direkt frontal ans Werkstück rankommen. Also Sie sind für jede Anwendung eigentlich die optimale Lösung. Genau. Für mich ist das eine völlig neue Welt. Ich gebe es zu. Die Profis da draußen, die können Sie natürlich genau nachempfinden. Was mich jetzt noch interessieren würde, so eine Zentrierspitze, was steckt da für eine Technik drin? Vielleicht, dass man einfach mal hergeht und sagt, was haben wir wirklich da drin verbaut? Da haben wir ja auch eine Slide vorbereitet. Ganz wichtig sind einfach die Präzisionswälzlager. Unsere Spitzen sind auch alle sehr, sehr eng toleriert und haben alle eine Dreifachlagerung. Und dadurch kommen wir einfach auf eine Genauigkeit letztendlich bis runter auf 3 µ. Jetzt haben wir die verschiedenen Einsatzgebiete der Zentrierspitzen schon abgehandelt. Jetzt gibt es natürlich vorne auch noch die Laufspitzen, die drauf sitzen. Und die sehen ja hier auch bei den verschiedenen Varianten ganz anders aus. Warum ist das so? Was steckt da dahinter? Genau. Kommt natürlich immer auf mein Werkstück drauf an. Hier bei den Standardspitzen zum Beispiel, die sind jetzt ausgelegt für große und kleine Zentren. Aber es gibt zum Beispiel auch Werkstücke, wo das Zentrum einfach tiefer liegt, wo ich dann eine längere Spitze brauche, die ins Werkstück reingeht und da die ganze Sache mitnimmt. Jetzt haben wir die verschiedenen Zentrierspitzen. Wenn ich jetzt als Anwender vielleicht nicht genau weiß, okay, wann brauche ich die normale und wann brauche ich schon die Heavy-Variante, gibt es da irgendwelche Merkmale, woran ich das erkennen kann? Das hängt natürlich immer auch von der Maschine ab. Zum Beispiel hier, welche Aufnahme habe ich hier hinten an meinem Reitstock, welchen Mossekegel brauche ich, dann die Anwendung selber, mit was für einer Umdrehungszahl möchte ich arbeiten, wie schwer ist mein Werkstück selber und wie genau muss ich arbeiten, um nachher das perfekte Ergebnis zu bekommen. Ja, da sind wir bereit zum Drehen. Herr Merinsky, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und uns das Ganze vorgestellt haben. Gerne. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuschauen und bis zur nächsten Ausgabe von WerkzeugTV.